Hallo, ich begrüsse dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 17. Juni 2019 mit dem Video Engelbotschaft für dich. Die Engel sagen dir heute, nimm die Liebe des Himmels an. Gottes Liebe für dich ist so tief, dass sie nicht in Worte zu fassen ist. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sehr du geliebt wirst, versuche dir eine allumfassende, grenzenlose Energie vorzustellen. Im Himmel ist jeder Gedanke an dich positiv, weil Gott nur deine Großartigkeit und Göttlichkeit sieht und sich an deine Vollkommenheit erfreut. Als deine Engel spiegeln wir diese leuchtende Liebe für dich wieder. Auch wir lieben dich mehr, als Worte es jemals ausdrücken könnten. Es ist unsere größte Freude, an deiner Seite zu sein und dir zu helfen, ist eine Ehre. Ein Gedanke für dich, spreche es nach. Ich werde sehr geliebt und ich verdiene diese Liebe. Gottes Zuneigung zu mir ist bedingungslos, grenzenlos und allumfassend. Ich werde sehr geliebt und ich verdiene diese Liebe. Gottes Zuneigung zu mir ist bedingungslos, grenzenlos und allumfassend. Das war die Engelbotschaft für heute. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria 1